Scheiße, das Gnack erst! Zauf der Maa! Zauf der Maa! Ja, der Maa sauft! Hochwärtiger Let's Plays! Wie ist mir geschenkt? Ah ja, stimmt. Der Maa sauft, sonst war er nicht YouTube, oder? Oh, das ist doch echt nett. Also bin ich noch nicht YouTube. Ah ja, ich bin YouTube süchtig. So, wie ist denn das Spiel gegangen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ah ja, wie ist das Spiel gegangen, dass ich immer 100 Stunden spiele? Echt, Minecraft? Was? Was ist das? Spiel! Das spielt man! Ist das Carilla Simulator? Ich hab gedacht, das ist ein Betriebssystem, wenn es von Microsoft kommt. Das wird es eh noch nicht. Das wird wie Linux werden, hey! Nein, das geht nicht. Starwing Linux, weiß doch nicht, was es nicht möglich ist. Was soll das heißen? Der Paun ist zu laut! Komm, meine Geräusche! Ist der Essigwurst noch Klobe drin? Nein! Was? Wir haben saft Essigwurst, dass es so frei ist. Das heißt, das ist so alt! Sauf der Maa, sag einmal! Sauf der Maa! Ja, ja, mach das! Wieso? Ja, ja, sauft noch! Ja, sauft noch! Ja, sauft noch! Ja, sauft noch! Ja, sauft noch Schalotten drin! Eisen? Schalottenzwiebeln! Die Zwifeln sind gut, oder? Die sind gut, gell? Ja, ja! Aber ich weiß nicht, oder? Ich finde die auch gut gepackt. Ja, da kauf's halt! Kau's halt! Kau's halt! Ja, da kauf's halt! Ja, da kauf's halt! Ja, da kauf's halt! Ja, da kauf's halt! Da habe ich dir mal eine Steine noch mit der Hand geschnitten, hörst! Das wird noch sein, nee?! Ja, Priå, da habe ich noch mein Messer noch mit meiner Hand geschläfen! Haha, Mannjulo! Habe ich mit meiner Hand noch wem Messe geschläfen? Hahaha, haha, nein! Da hat das Messer noch nicht Tag geschläfen, Priå! Ja? Kann ich nicht umtreiben?! Dava war alles besser! Ja, Priå! Mein Gott, nein! пойeeh! Na, da ist doch ein Zeichen, was Ein membershit ist. Na, da ist doch nicht so, wie Sie sie sitzen, hörst! Ah! Kannst du ihn schon wieder hin? Holter Rente? Schon wieder? Kann er nicht mehr saufen, wenn er so viel Holter Rente wisst. Kann er nicht mehr saufen, aber er wird's großartig tun. Richtig, richtig. Saft nicht mehr. Ach, er sollt's. Du musst saufen. Jo, er sollt noch. Saft nicht. Jo, er sollt noch. Jo, er sollt noch. Soll ich wirklich auch einander laufen? Nein, das tut mir nicht. Nein, ich muss wirklich auch saufen. Ja, dann geht. Ja, geht gar nicht. Jetzt wird's halt, wir fangen nämlich hier aus dem Puppe. Jetzt hat er's dir schon Puppe. Und auch die Frau Königin kommt dann wieder. Ah ja, das war Königin. Wann kommt die? Ja, Puppe, ich hab' mir eingesagt. Ja, das ist sogar gleich was, ey. Ja. Dann wird's später der Puppe. Ja, komm, du reißt den Zaun erst. Was? Ja, die auch. Ja, und da ist man... Ist sie gut, die auch keine ist sie gut. Jo, er ist saufen. Ja, doch, du sagst es jetzt zu mir und... Ja, du hast den Zaun erst. So sauf. So sauf, du er. Jetzt hab ich schon kurz zum Rehladbkommen. Geht, du zum Rehladbkommen. Ja, du, du erste, du er ist. Decker, Blitli. So. Ja, die ist jetzt am ersten Zaun. Ja, sieh. Süße. Oh, geil, Mensch. Jetzt ist meine Hacke hin. Ich hab' noch einen geiler Scheiß. Jo, das ist so. Jo, er ist saft nur. Der Buhl heißt. Oh, er ist saft nur. Saft nur. Ja, geil, wie das ausschaut. Er ist der Scheiß, der im Kloppen gekriegt. Das ist ja ein Wahnsinn. Nein, das ist ein Alkuchen, ja. Ich hab' dann auch nicht gekriegt. Das wird sicher jemand, der kann sich sagen. Ich schaff's nicht, dass du gut bist. So. Schau mal, dann weiß ich mal nicht mehr schnell zu. Was haben wir denn noch Schönes? Einen Puppe. Einen Puppe. Einen Puppe. Einen Puppe. Einen Puppe. Einen Puppe. Ich hab' jetzt so im Battlefield dran an Gott, dass ich mich jetzt gar nicht rauskenn' der Rasse. Der Hörschlosschneidiamanten aus einer roten Fossel, oder? Oh, das ist doch nicht. Ich kenn' mehr aus mich. Ich bin in einer Pro-Head. In einer Pro-Hoop. These are the things. The things we lost. The things we lost. Schnauer, bitte. Nein, bitte nicht. In the fire, fire, fire. Einen Puppe- Einen Puppe. Einen Puppe. Einen Puppe. Einen Puppe. Wollen wir auf, dass ich mich auch nicht... Nein, nicht laut sprechen, bitte, Michi, weil sonst kann ich das Video nicht. Ich will mich auch nicht hören, wenn man mit dem Video heißt. Nein, aber das geht jetzt auch nicht. Du willst ja normalerweise Musik, dass du immer auch so ein Video spüren und dann... Das ist Scheiße. Das ist jetzt. Oh, die Ballern schon draußen. Bist du Deppertest. Was schießt denn das in den Hosen? Schau dir den an, Michi, schau dir den an. Michi, schau dir den an. Okay, nein. Der ist völlig weggedreht. Der ist schon auf anderen Planeten. Der ist schon auf anderen Gefühlen. So, so wie du... Gravel heißt das, braucht man nichts. Da, aber du machst wenig was. Es ist, es wird duckel, gell? Es wird zuerst gepasst. Es wird zuerst gepasst. Ich werde mit mir aussehen. Doch, Sand. Ich brauche Sand, Sand, Sand. Scheiße. Ist das Peter und der Wolf? Ja. Verstehens. Ha! Bin ich gut, ne? Der Bäder und der Wolf. Der Bäder und der Wolf. Hey, Alter. Das ist ja eine Kacke, hey. Wo soll ich denn das wissen, in dem Spiel? Das habe ich gar nicht vergessen. Und der Bäder und der Freund, der was Wolf an heißt. Der Bäder und der Wolf. Gut. Ein Freund von mir heißt Wolf im Nachnamen. Braucht noch mal einen, der was Peter heißt. Im Nachnamen. Geht's sicher. Ja. 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 Nein, nein. Weißt du, ich muss noch nicht vorne mit dem Peter raus? Bitte. Ja. 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 Naja, passt. Ja, jetzt weiter geht's schon. Ja, ich will schon. So nicht, meine Freunde, so nicht. So, jetzt habe ich irgendwo gestanden, das heißt, da kannst du ein geiles Dachl überhaupt haben. So, schau zu verstehen, heißt, so. So, jetzt werden wir den Wichser da runter entfernen. Nein, da bin ich nur da. Oh, das ist schon klug. Wenn ich es klappt, hörst du. Der Buh, hörst du, das ist ein Masern. Der frisst doch erst, der sauft und saugt halt. Ja, wir haben ja gekauft, also müssen wir ja alles saugen. Nein, nein, nein. Das ist ja wie ein Braum, sind wir. Hey, wie schaut's aus? Treffen sie mal, he? Irgendwo, auf neutralem Boden. Bei mir gibt's keinen neutralem Boden. Nicht? Nein, das ist alles für ein Gebiet. He, 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 he. So, ist ein Gott. Jetzt kann wieder ein Baum gewachsen. Was ist das denn da aufgerissen? Was ist denn das? Baum, oder was? Welche Sauerkünstler? These are the things. I think we lost. He, 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 he. We lost. He, he, he. We lost. He, he, he. Wieso? Weißt du, weil du sowieso nicht so viel essen kannst, oder was? Hm? Weißt du sowieso nicht so viel essen kannst, oder was? Au. Was? Ja, ich weiß auch nicht, was du noch. Nein, was meinst du? Wieso nicht? Du hast mich noch nicht hingeworfen. Ja, was du noch länger hingeworfen hast, du wissen. Ja, was du noch länger hingeworfen hast, du wissen. Ja, ich weiß nicht, dass ich noch nicht mal noch einen Hunger habe. Baum passt selber. Und ich noch mal keinen Moment an, was schaust. Das war nicht mit Haftwechsel. So, Leute. Und wo geht's grad? Um die Miche. Um die Miche. Ich hab nichts. Du hast den Baum gesehen, der war ja früh drauf. Du weißt? Der Baum war ja früh drauf. Der Baum war ja früh drauf. Ja, du hast ihn drauf gezogen. Also das ist der Tschernabild Baum. Doch, gar nix. Ich war einfach nur ein Papierplatz. Tschernabild erst gewissen oder was? Nein, die Pflanzbar. Kein Pflanzbar. Kein Pflanzbar. Kein Pflanzbar. Kein Pflanzbar. Kein Pflanzbar. Nur Sound-Disteller, kein Pflanzbar. Nur lassen nie zwei Niemann anzeigen. Ja, das weiß ich. Nur Sound. Er wächst nicht oder was? Ja, er wächst nicht. Das weiß ich. Nein, die wächst wird noch nicht so an der Pflanzbar. Ich weiß es gar nicht in Pflanzbar. Boah. Achso. Na dann. Ob so ist es dann da? Wenn es ihnen geht. So, der wächst auch schon wieder so Tschernabild. Und jetzt ist sich da hier. Achso, der Pflanzbar oder hat die Pflanzbarkeit gewachsen? Nein, ich habe Pflanzbarkeit. Okay. So, das weiß ich nicht. Meine Pflanzbarkeit. Also, die Pflanzbarkeit wächst du als Pflanzbarkeit? Ja klar. Nö. Karte kommt jetzt dann gleich. O, M, G. Ah ja, und das gibt, weil von Rene gibt es einen dritten Sack. Das tut sie, wenn sie umgekommen ist. Ja. Ich weiß nicht, dass sie umgekommen ist. 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 Nein, das will wirklich keiner wissen. Ja, dann wirft mir jetzt auch auf den Formen und du keine ehemalig hast. Ich habe jetzt keine wissen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mein Haus schaut so geil aus, heute. Es ist ein Wahnsinn. Und ich war selbstverliebt. Ja. Naaah. So geil. So, so über einen Verdachtel machen. Auch immer. Sag ich mir die wohl ein Eindelklima. Wie wäre es denn? Pssst! Was? Was für neust du? Mit sowas kann ich nicht in den Tag machen. Besten wegen nicht. Mein Haus schaut so geil aus. Seidens auch? Ich bin so geil. Ich schau so geil aus. Kein Kommentar. Probieren kannst du Kinder, dann sag einmal. Wir schauen alle aus wie der Link. Link! Der ist der neue Steve. Ja, der ist Elex jetzt. Echt? Ja. Na cool. So ein Furs schlaft auch eine. So ein Furs schlaft auch eine kleine Voltarenne. Nein, so viele Leute. Das ist nur Voltaren. Dann kriegt er sich weg. Dann kriegt er eine Voltarenne. Da könntest du aber wirklich einen Bocken und wegführen. Obst ein Zauber und Fürzen weg. Obst ein Zauber und Fürzen weg? Fürzen weg? Ja. So was mit dem Chip-Medil schickt. Boost. 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 Das ist geil, nicht? Boost. Dann nehmen wir was einmal auf. Dann nimmst du das als... Ja genau, SMS-Ton. Boost. Boost. Hörst du dir das? Das frechste drüben am Essen. Das war doch geil, oder? Boost. Das war der beste. Boost. 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 Bo-bo-boost. Oder es... Das Leitturm bei der Türe, wenn da jemand ausleitet ist oder der Sturmleiter. Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-boost. Boost. 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 Hallo Hendo! Hallo Hendo! Hallo Hendo! Hallo Hendo! Danke Peter! Give it to me baby! Give it to me baby! Aha! 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 What the fuck? Give it to me baby! Aha! Give it to me baby! Ah! Ich habe keine Schloss! Das ist schlecht bitte! Das ist bei mir in meinem Haus auch schlecht! Hey, da ist wieder der Baby! Das ist Diurid oder was ist denn das? Ja, ich höre den drücken! Da brauche ich ja! Granit habe ich gefunden! Granite! Du beißt auf Granit meine Idee! Das ist dann nur ein Gestaltungsobjekt! Mit dem kannst du uns nichts erfahren, oder? Ja! Das ist ein Gestaltungsobjekt! Du kannst es, ich glaube, schmölzeln oder kölzeln Und dann kommt das schöner noch aus, oder? Ja, meine ich, also, verzieh auch mal! Aber mehr können dir nicht mehr so sagen! Kraftmuster! Was? Kraftmuster-Dreck! Ja, dann schweig's ja auch nicht! Saft der Mann, sag einmal! Nein! Nein, leider nicht! Na ja! Dann wird's auch noch! Machen wir's fertig! Ich habe noch eine Musik gefehlt! Merci! These are the things! The things we lost! Nein, nein, das habe ich schon gehört! Das ist ja gut, dann kann ich das einmal hören! Hei! Hei! Ein bisschen hoß, anspruchsvoll! Ein bisschen hoch, anspruchsvoll! Anspruchsvoll! Da in dieser Runde! Ich glaube, du bist falsch! In diesem Haus! Nicht mit mir, mein Freund! Nein, du bist mir mein Prinz! Bei, dabei, ich habe... Mit Freindung! Mit Freindung! Ich habe nur drei Sachen da! Es gibt drei andere sind die Rüte, und gar nicht! Ehm... Ich wollte drei drauf, da bei mir. Von YOLO. Von YOLO und so. YOLO Beggins! YOLO Beggins! YOLO Schweggins! Schweggins! Das ist ja... Das ist so, so super! YOLALA! Was war das? Bei der... Der Dingfilm ist ja wirklich so geil. Ehrlichie Film. Halichi! Der Hacks! Halichi! Fakt! A, B, D, E, E, M, G. E, G! Na, wo der was so viel und noch ein Fakt, wo ich nie... Das... Ich hätte auch nicht. Ich würde auch nicht. Ich würde auch nicht. Ich würde auch nicht. Mit Futschle, oder? Ich würde auch nicht. Da... 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 Dann... Da... Ja... Ich kann das... Ich bin so hart, dass ich einen Kaktus fressen kann! mir. Very well, der will eigentlich nicht. Das ist mir eigentlich nicht. Zum Korkvord. Wer ist, wer ist. Wer ist ihr? Na ihr! Na ihr Na ihr Na ihr Na ihr Na ihr Na ist doch! Danke Herr Böller, wir sind frisch wie Dawls. Schalt in mir die Kaktina, so fein auskommt. Was ist die Hände auch gut hin? Der Schauder-Behindung heißt, wie sie da sind, das ist so. Ja, dann stellen wir uns die Polizei an. Also die Bahn wachsen wirklich wie Chernobyl. Was sollst du für die komische Bahn sagen? Warte mal. Sie haben die komischen, die orange, nicht? Ja. Ja, okay, die wachsen so, das ist normal bei den anderen. Die wachsen wie Chernobyl. Oh, das ist bei den normalen. Chernobyl? Du brauchst da keine Suche irgendwo. Ach so. Chernobyl, wo haben sie drei Hände? Besuche sie wohl, der Auto ist schon da. Besuchen sie Chernobyl, der Auto ist schon da. Danke, das war nicht lustig. Nein, das war nicht lustig. Mann, der Heidel schaut so grau aus. Schaut so fancy aus. Dein Heidel ist Zombie auf der deutschen Siege. Echt? Ja. Inwiefern? 600, glaube ich. Ja. Gut, das schmeckt. 30 Jahre machst du das. Das ist ein wenig über so weit, dass du noch gegangen bist. Das ist irgendwie... Was ist denn das? Nein, man hat genug, wenn man noch einen Kopf holt. Nein, nein, nein. Wir sind ja nicht gespielt worden. Boah, ich bin nur von dir. Muss weg. Nein, 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 nein. Du, leitern wir 60 Jahre. Ich bin ja noch mal der Rekwanger ist und so weiter gekriegt. Was ist das? Für Yolo. Ich bin... Wie kann man achten? Nein. Ähm... 205, 205 und 133. Das ist, glaube ich, das fast das Kürzeste. Oder so. Der Michi ist doch wieder näher vom Spawner da, wenn man dachte. Michi, das siehst du vom Spawners, glaube ich. Ja, eben. Du hast ja gesagt, der Michi ist ja den nächsten Tag, glaube ich. Daria, Michi, was ist das? Ist das dein Heidler? Na? Echt? Na? Hast du ein Glas raus da, oder? Ach so. Also es ist wirklich dein. Und jetzt da ein Glas? Was ist da hinten? Oder was ist da hinten? Wand. Ich warte jetzt so ruhig. Die Tür ist geil. Was ist das für die Tür? Eine Katze? So bist du eine Katze? Ist das so durchsichtig, die Tür? Kann man da durchschauen? Kannst du mal eine Tür? Nein, das ist nicht normal. Da kann man durchschauen durch die Tür. Du sagst, es gibt ja verschiedene Türen. Bei meiner zum Beispiel kannst du nicht durchschauen. Das ist geil. Das ist geil. Das ist über Falltüren. Ja, aber das kommt aus dem Holz zu fahren. Soll ich es nicht machen? Ja, ich habe bei dir die erst dunklen Holz gemacht. Als was? Wo ist das dunklen Holz? Was? Da kriegst du so eine Schloßtür, oder? So eine Schloßtür. So etwas. Ja, ja. Der Michi und der Michi alle, wo so Stäbe sind. Wo du durchschauen kannst. Was? Also. Ich finde das viel geil. Habe ich noch absolut nicht gesehen. Bei der Kustos dritte, dass die es die gibt. So lange nicht. McAfee kann ich den installieren, weil. McAfee? Ja. Wo? Ich wollte den nach Hause. Also in Flash Player haben wir endlich abgedebtet. Ja. Ja. McAfee passt nicht mehr installiert. Das hat man installiert. Ja, weil es du mit runtergeladen hast. Ja. Das wäre aber nicht nötig. Ja. Warum machst du das auch überhaupt? Das mache ich für dich. Aber jetzt habe ich es gemacht. Es ist Nacht, legst du dich da. Wenn du schon wieder da zusammen so einladen müssen. Ja, aber warum platzt das überhaupt so? Das mache ich für dich. Weil ich cool bin. Das ist cool, weil du in Hessen hast gar nicht, dass du oben gelangst. Den McAfee scheiß, weißt. Du willst so eine ganze Komöte tun. Du wunderst dich warum er langsam ist. Ich wunder mich ehrlich. Dann trägst du dich auf, dass er langsam ist. Das tust du schon. Das kannst du nicht ausschreiten. Du auch. Ja. Ich gehe. Ich will es doch machen. So wie es die in der anderen Dörfer alle haben. Ja. Verschiedene. Ja. Zu spezif. Ja, genau. Ich habe gelegen einfach. Was? Gelegen einfach. Was sagst du? Ja, ist so. Ich habe es so oben gemacht. Weißt du, ob das noch was du nicht machen mit Blöken? Oder was stimmt auch? Ja, schon. Nachbar analogie. Schau dir, die Häuser haben. Diese Dachbreite muss eine ungeraden Zahl sein. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Wasser. Nein, aber wir haben einen Wasser. Ja, haben wir sicher. Nein. Für mich. Es muss eine Doppelbüren gefeiert sein. Ja, jetzt muss man das Tafel. Ja. Weil oben ist es so ein Tafel gesteckt. Auf die Tafel kommen dann Stufen drauf. Das ist nicht richtig genug. Man kann nicht schließen. Ja, warte mal. Ich stelle es da oben. Wie muss ich das jetzt anfangen? Ist die Frage mal überhaupt, ob das Tafel zwei Vierer schaut oder eins Vierer schaut? Ja, das sieht schon gescheit aus. Also das ist gar nicht nur, weil vom Haus jetzt zwei Vierer? Ja. Bei eins. Bei eins. Ja, das ist aber das, was ich wissen will. So ein Schrauß wie so ein Schirmpüls ist einfach. Ja.